Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich. Ich bin der Niko von den Autolack-Affen und auch wenn du mich nicht siehst, du hörst mich auf jeden Fall. Ja, wir müssen heute mal die Auslosung nur mit einem Bildschirmvideo durchführen, denn die Kamera ist gerade noch im Verleih. Und da wir ja versprochen haben, wie es hier steht, dass heute am 26.08. ausgelost wird, machen wir das jetzt. Teilnahmeschluss war der 26.08. um 10 Uhr. Ich habe auch den letzten Kommentar von mir markiert mit dem Teilnahmeschluss. Da ich wusste, dass ich das nicht ganz um 10 Uhr auslosen kann, wann habe ich das so markiert und wir werden jetzt auslosen. Die Auslosung erfolgt wie folgt. Ich teste das jetzt auch live. Ich hoffe, es funktioniert. Ich kopiere mir den Link von dem Gewinnspielvideo, gehe hier zum Sandra Kairos Cyrus YouTube Comment Picker, wähle den Kommentar aus. Dann wird er hoffentlich, wenn ich den Link hier einfüge und ich load Comments stehe, müsste noch nichts passieren. Und jetzt müsste er randomly pick a winner, also wähle einen Gewinner zufällig aus. Das drücke ich, wenn dann das Stichwort DECON im Text ist, hat der Gewinner gewonnen. Und das mache ich insgesamt, bis ich zehn Gewinner habe. Die schreibe ich mir hier auch gleich mit und dann erzähle ich danach, was die Gewinner machen. Also fangen wir an. Der erste Gewinner ist Marcel Habecker. Ich mache mir hier nur Striche, weil die Name ist ja im Video nachher nochmal angucken. Also Nummer eins. Gewinner Nummer zwei. Christian Hoffmann. Nummer drei. Thiel 1994. Nummer vier. Thomas S. Nummer fünf. Thorsten Falkenstein. Nummer sechs. Patrick Berger. Nummer sieben. Wolfgang Brug. Nummer acht. Schade. Leider, leider, leider nicht die Teilnahmebedingungen erfüllt. Da fehlt leider der Ferschteck. Aber vielen Dank für dein Lob. Dann nochmal die Nummer acht. Patrick Gräulich. Die Nummer neun. Alpha 75. Und als letztes die Nummer zehn. Frank Hess. Bist du unter den Gewinnern, dann schreib uns bitte eine E-Mail mit dem entsprechenden Username, den du bei YouTube verwendest. Wir schreiben dir dann alles Weitere, wie es weitergeht, wie du zu deinen Tickets kommst. Wie gesagt, jeder einzelne dieser Gewinner bekommt zwei Tickets. Also insgesamt 20 Tickets werden jetzt rausgehauen. Für die D-Con am 14.09. Mann ist ja bald so weit. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wenn du schon ein Ticket gekauft hast, schick uns bitte deine Bestellnummer oder zumindest deinen Namen beziehungsweise E-Mail-Adresse, unter dem du bestellt hast, damit wir dir dann den Betrag entsprechend erstatten können. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank für eure Schützung. Wir sehen uns bald wieder zu einem Video. Bis dann. Bleibt sauber. Euer Ort langer. Bis dann. Bis dann.